Der Umbruch beim SK Sturm Graz nach Vizemeisterschaft und Cup-Sieg in der vergangenen Saison ist eines der viel diskutierten Themen. Leistungsträger wie Marvin Potzmann, Denny Alla, beide Rapid, James Jago, Wright Edom Wonny, beide Austria Wien oder Thorsten Röcher in Goldstadt, hinterließen eine große Lücke. Sturms Gegner im kommenden Bundesliga-Duell am Samstag, 17 Uhr, hier im Live-Dicker, kennt dieses Gefühl. Auch die Admiral musste zahlreiche Schlüsselspieler ziehen lassen. Alexander Merkel, Harry Kels, Maximilian Sachs, Thomas Ebner, beide Austria Wien, Markus Wostry, Lask, Lukas Grosurek und Markus Ladner, beide Sturm, verabschiedeten sich. Der Umbruch bei Sturm ist ja harmlos gegen unseren. Mit Lackner, Ebner, Grosurek, Knass Müllner und Wostry haben wir so viele Leistungsträger verloren wie noch nie, wir wissen, dass uns eine harte Saison erwartet, sagt Admiral Coach Ernst Baumeister zur Krone. Sturm hat zwar keinen Lauf, aber noch immer genug Qualität, verwundert ist Baumeister vor allem darüber, dass sein ehemaliger Kapitän und Neo-Sturm-Sechser Lackner noch nicht einschlug. Er ist einer der intelligentesten Kicker, daher habe ich erwartet, dass er sofort einschlägt, aber ein Neubeginn ist eben nicht leicht. Admirasturm, die Bundesliga-Partien der siebten Runde Datum Heimauswärts Uhrzeit 15.09 Admirasturm 17.00 Uhr 15.09 Harkberg Alltag 17.00 Uhr 15.09 St. Pölten Salzburg 17.00 Uhr 16.09 Wachbacca 14.30 Uhr 16.09 Mattersburg Lask 14.30 Uhr 16.09 Repitaustrie 17.00 Uhr Werbung Werbung Wachbacca 14.00 Uhr 16.00 Uhr 15.00 Uhr 15.00 Uhr 16.00 Uhr 16.00 Uhr 16.00